Guten Tag, sie ist wirklich von sich überzeugt und deswegen hat sie auch beschlossen, sie wird nicht mehr lange auf der Bühne stehen oder besser gesagt, wie sie sagt, ich will nicht mehr auf der Bühne stehen. Die Fans halten den Atem an, will sie ganz aufhören mit der Musik, so wie sie sagt, nicht ganz, aber sie will den Fokus auf das Schreiben setzen, sie ist jetzt mehr Autorin wie Musikerin und sie sagt, ich merke auch in der Szene, ich werde nicht mehr so ernst genommen von meinen Kollegen, aber das ist mir nicht so wichtig, ich will das machen, was mein Herz mir sagt. Sie wird in der nächsten Zeit viel mehr Bücher schreiben und weniger Musik machen, natürlich sagt sie, werde ich noch auftreten und man wird mich im Fernsehen sehen können alleine schon, damit ich Werbung für meine Bücher machen kann, sagt sie. Aber ich brauche auch Zeit für mich und deswegen will ich mir die Zeit nehmen und mehr für meine Kinder da sein und ich schreibe und denke mir neue Geschichten aus. Die Zukunft wird zeigen, was ich machen kann und das ist nicht mehr so viel Musik.